So, herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier bei The Walking Dead Mission. Ich will doch beobachtet werden und es eine Falle ist oder so. Stell dir mal vor, jemand hat einen Taucheranzug, ne? Was ist das denn? Hey Pete. Ich habe herausgefunden, was wir befinden. Verdammt. Zumindest ist es nicht Rashids Boot. Emi, ich hoffe, dass niemand noch auf dem Boot ist. Ich will nicht so sterben. Entschuldigung. Ich habe nur gesehen, dass viel schlechter Scheiße sinken. Ich habe nur... Ich will nicht sehen, dass es sich ausfallen ist, du weißt? Ich habe bessere Pläne gesehen, als das, die in die Schrauben geschlagen werden. Du bist nicht der einzige. Ich sollte ihn nicht sehen lassen, dass es mich so schlafen wird. Okay, was haben wir sonst noch? Oh! Ich kann hier dieses... Fernglas benutzen. Cool. Scouten wir noch mal ein bisschen. Ja, man sieht... Okay, da ist Wald. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Ja, man sieht halt nix, ne? Es ist neblig und dunkel. Hm. Okay, dann gehen wir wieder raus. Schade. Haben wir hier jetzt noch? Ach... Nee, mit der sprechen wir gleich noch mal, mein Freund. Lass mal noch mal hier gucken, ne? Äh, ja, erst mal drüber gucken und dann vielleicht gleich bitte. Sieht man echt nicht wieder hier. Gut, dann halt Flashlight. Ähm... Okay, wir haben es ja schon auf der anderen Seite gesehen. Irgendwie so ein Wrack oder so war das doch, ne? Ja, I guess. Gut, dann, äh, können wir den nochmal betrachten. Sieht kompliziert. Ähm... Pete. Aber segeln zu können ist auch schon so... Aber es ist halt mega lustig. Aber es ist... Wär schon cool, wenn man das kann. Weil... Na gut, wenn man kein Brot hat, bringst du es an. Was hat er gesagt? Never had a Tiller break like this. Pretty sure, it's not under warranty anymore. Mhm. Okay. Ja gut, wir haben ja schon herausgefunden, worauf wir... Die Dings, aber kann... Oh, kann ich... Hier kann ich auch noch... Auch noch, äh... Schauen. Hier nur... Nochmal das Fernglas. Und hier mehr. Oh ja, deutlich mehr. Wo hat ich angefangen? Ist so ne... Fähre! Ne Fähre! Ja doch, macht schon Sinn. Vielleicht... Scouten und Looten. Okay, dann müssen wir jetzt doch noch mal mit dem... Captain, Captain! Hallo, mein Name ist Guybrush Streakwood und ich möchte ein Pirat werden. Oder so ähnlich. Ja? Danke... Sag mir, was du brauchst, Pete. Vielleicht haben wir, was wir brauchen, um diese Dämpfe zu fixieren. Das ist die beste Option, die wir haben. Lass uns zu diesem Ferry kommen. Ich will hier nicht mehr länger, als wir müssen. Ich kann nicht darüber reden. Vielleicht können wir ein Zeichen von Rashid's Gruppe finden. Ja, bestimmt. Mit Zwischen. Oh, okay, gleich. Aber wo ist denn unser Katana? Kriegen wir das noch? Eine Machete, oh, gut. Sie drei. Schau das Boot und schau sie aus hier und schau die Anker nahe an der Schörlinie. Lass es. Geh nicht woanders. Bleib nahe an dem Boot und schau sie sicher. Geil. Schön geschärft. Ähm. Ja, Schusswaffen sind eh übergewertet. Muss ja immer leise sein, weil sonst kommen wir noch mehr Walker oder Zombies. Oder Beißer oder wie auch immer man sie nennen kann. Vergiss seine Freunde, richtig? Bist du die Teile und gehst hier zurück. Pete bedeutet gut, aber ihr wisst, was sie sagen über gute Intentionen. Ich kann es nicht machen. Wenn jemand in Probleme ist, werde ich nicht einfach sie verlassen. Wir können niemanden mehr verlieren. Komm, lass uns gehen. Bereit? Äh, sicher, sicher. Komm los. Genau, aber es hat mich wieder auch an Season 1 erinnert. Da wollten wir eigentlich auch mal ein Boot holen. Irgendwann so zwischendrin. Weiß ja auch mal. Oder am ganzen Anfang schon der Plan, ein Boot zu holen. Aber gut. Ähm. Jeder, der es gespielt hat, weiß, was dann passiert ist. Oh, ein Erfolg. Ja. Gamer Score. Gamer Score. Ja, sicher, es ist ruhig hier, oder? Ja, ich verstehe. Ja, da ist es ruhig hier. Gamer Score. Nichts so. Ein wenig peaceierbar. Ich weiß nicht. Sonst ist es nicht richtig. Ich fühle es. Es ist immer der Optimist. Eine Erschütterung in der Macht. Du weißt, was mich wirklich beeinflusst. Und ich muss mich fragen. Was? Denkst du, dass das dumm aussieht? Oh, was? Ich weiß nicht, Oaks spricht keine Scheiße darüber. Weil ich so wie ein Pirat. Was hast du gesagt? Sei ehrlich. Ich will wissen. Ja komm. Sieht okay aus. Du bist ein Pirat. Ich wusste, du warst richtig. Ich denke, es verbindet sich zusammen. Ha. Ich wusste, dich schneller oder später zu lösen. Du bist immer so ernst. Ich weiß nicht, ob du deine Reisungen hast. Äh. Es macht es einfach schwer, Menschen zu kennen. Jetzt testest du deine Glück. Was hat denn da am Arm? Du weißt? Du weißt, als wir dich erst aufbauen haben, ich wusste nie, dass du dich entschieden hast. Du hast nicht mit jemandem gesprochen. Ich wusste nur, dass du den Moment bist, du hast deine Kraft zurückgebracht. Aber ich erwarte immer, dass du dich wundernst. Und du bist mit dir. Und du bist mit dir. Du bist mit dir. Du bist mit dir. Du hast mich nicht mit dir. Du bist mit dir rausgebracht? Nein. Ich bin nur glücklich. Ich bin nur glücklich. Hier überall jemanden braucht. Ich kann dir, wie du das gemacht hast. Ich bin nur glücklich. Du bist mit dir. Ich weiß, dass du das zu dir selbst hältst. Ich will nicht, dass du darüber reden möchtest. Nichts, wenn du es möchtest. Ich bin nur glücklich. Ich bin nur glücklich. Ich hab' dich gewonnen. Ich habe es nicht gemacht, aber gut. Ich stoppe, sogar für einen Moment. Es beginnt, mich an mich wieder zu verliegen. Wenn Dinge lecker sind, ich lande zu viel denken. Du weißt, bevor das war ich einfach auf mein eigenes Gefühl. Wie du warst. Ich bin mir überzeugt, dass ich es so mag. Aber nach ein paar Stunden habe ich... Ähm, WAS?! Ähm, ich dachte Zombies... Nein, was macht der im Wasser? God! Ähm, ähm... Okay, der Kick war echt badass. Fuck... Ähm, wie können wir... Gut, that changes everything! Ähm, wir sind ganz schön Skroteats. Ähm, shit. Was ist los? Heilige Chance! Was? Nein! Wie heißt der überhaupt? Bill, Jack! Äh, ich hab sein Name vergessen. Ähm, shit. Ja, das ist schwer, aber gegen so Wasser... dann schon schnell hinzulanden ist nicht so einfach. Oh Gott. Ähm, irgendwann... Äh, äh... Oh Gott! Was geht hier vor sich? Äh... Hey! Wir haben unser Boot gekämpft. Äh, okay. Gott, zieh mir schnell raus. Die kommt schon. Ah, mein Gott! So schwer bin ich denn nicht? Ja, das ist fast wir. Ich glaube, ich sollte meinen Mund kaputt haben, oder? Ja, wir kommen jetzt wieder zurück. Ich kann nicht weg. Jesus... Danke, dass ich mich zurück habe. Äh... Naja, mehr oder weniger. Trotzdem. Ja, du hast alles gearbeitet. Ja, das ist zweimal, wie du mein Leben hast. Was? Was? Da sind die einfach im Wasser. Ich meine, sie müssen ja brauchen keinen Sauerstoff, aber... Hallo? Bis zur Hölle. Was soll das? Ich liebe das. Es könnte jemanden sein, der uns sagen kann, wo jeder ging. Es ist kein Sign von niemandem. Da ist locker irgendjemand oder irgendjemand, das kann mir keiner erzählen, dass hier nix ist. Da hat er wohl recht. Sieht abandondert. Das bedeutet nicht, dass es ist, aber. Wir werden etwas herausfinden. Ich bin froh, dass du so optimistisch fühlst. Es sieht aus, dass es zwei Weg in gibt. Die Strecke oder die Tür. Die Strecke werden nicht lange geblieben. Wir müssen gehen. Die Strecke dauert viel Arbeit, um dieses Fahrrad zu lösen zu lassen. Unter, wo sie sind. Klappartner sind da drin. Es ist leicht, wenn wir nicht vorsichtig sind. Dieser Patch hat alles geblieben. Das ist die erste Worte Wir können hier auf der Oberdecke gehen Das Ding fällt nicht ab. Okay Ich hoffe das Ding hält Komm Komm Nicht fallen Danke Uiuiui Ja Well Shit Kletter Guck sie nicht an Kletter Uiuiui Komm Los 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 Als ob die springen können Oh fuck Schätze ich Oh das sind doch Deutliches mehr als er darf Wie schön Ähm Habt ihr den einen da gesehen vorhin da unten? Der hatte so eine Kotteltschacke an War das etwa Ben? Nein Nein Wie das zeitlich spielt weiß ich auch gar nicht Was passiert jetzt gerade so mit den anderen unten los? Es scheint, dass dieses Platz mit jemandem zu Hause für ein paar Jahre ist Wenn das überhaupt zusammenhängt und alles Obwohl die jetzt auch im Comic ist Ah Es ist schwierig zu sein Comics wollte ich auch immer mal lesen Eigentlich So Achso Achso Hier kann ich nicht weiter Was haben wir hier? Oh eine kaputte Bank Oh eine kaputte Bank Ja gut der war jetzt länger nicht mehr im Gym aber Ja Oh wow Oh wow Das waren offiziell die realistischsten Vögel die man jemals überhaupt irgendwo gesehen hat Man die im Hintergrund sieht auch ein bisschen Na ja gut ähm Ne was haben wir hier? Oh geil Ist da irgendwas drin? Hier wir gehen Gucken wir mal ne Naja so ne So ne So ne Eisenstange Kann man das sicher benutzen um Rebar Um die Tür gleich aufzumachen oder so ne Ich sag's euch Sehr gut Ausgezeichnet Haben wir hier noch irgendwas zum Examieren hier oben Oh ja Ein Lifeserverin hier Kannst du den Kumpanien auf das Ah Nice 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 Und die Map natürlich Gutes Sollte man sich vielleicht auch einprägen Als wir schneller äh Schneller rausreden Vielleicht finden wir etwas dort Daher Wir müssen durch den Café gehen, um zu den Städten Du schaust nur Mr. Honeybars Sempre Weiß Okay Gut Aber das soll's mit dieser Ausgabe von The Walking Dead Michio Auch gewesen sein Ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt doch mal einen Kommentar Und wenn ihr über irgendwelche Story Sachen redet Von der Serie, vom Comic oder Von der Zellteil Serie Dann wird es Spoiler Text benutzen Also einfach fett Spoiler Enthalten drüber schreiben oder so Oder Hashtag Spoiler oder Ach keine Ahnung Oben drüber natürlich Weil danach bringt's ja nicht mehr Egal Ihr werdet das schon machen Und ja Ansonsten Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Mit The Walking Dead Michio